Raseborg ist eine Stadt und Gemeinde im Süden Finnlands, die zum 1. Januar 2009 durch den Zusammenschluss der Städte Egnes und Kares sowie der Gemeinde Pujar entstanden ist. Sie liegt im Westen der Landschaft Usima. Verwaltungssitz und größter Ort ist Egnes. Ihren Namen trägt die Stadt nach der mittelalterlichen Burg Raseborg. Zwei Drittel der 28.362 Einwohner sind Finnland, Schweden. Offiziell ist die Stadt zweisprachig mit Schwedisch als Mehrheits- und Finnisch als Minderheitssprache. Geografie Raseborg liegt im Westen der Landschaft Usima an der Küste des finnischen Meerbusens. Nachbarstädte und Gemeinden sind Hanko im Süden, Kimitön im Westen, Salo im Nordwesten, Luja im Nordosten sowie Inga im Osten. Die Hauptstadt Helsinki liegt 93 Kilometer östlich. Insgesamt hat Raseborg eine Fläche von 2354,2 Quadratkilometern. Unter Ausschluss der Meeresgebiete sind es 1204,7 Quadratkilometer, davon 57,0 Quadratkilometer Binnengewässer. Somit ist Raseborg flächenmäßig größer als Berlin oder Moskau. Tatsächlich handelt es sich aber um kein städtisch strukturiertes Gebiet. Vielmehr besteht das Stadtgebiet aus mehreren Siedlungszentren und den dazwischenliegenden ländlichen Gebieten. Der größte Ort ist Ekenes, der auf einer Halbinsel zwischen zwei schmalen Meeresbuchten liegt. Die Küste von Raseborg ist durch zahlreiche Buchten und Halbinseln stark zergliedert. Vorgelagert ist ein Scherengebiet mit über 1000 Inseln und Klippen. Ein Teil des Scherengebiets gehört zum Ekenes Scheren-Nationalpark. Das Klima in Raseborg ist durch den mäßig enden Einfluss der Ostsee und die durch die vorgelagerten Scheren geschützte Lage für finnische Verhältnisse sehr mild. So gedeihen in Raseborg die in Finnland seltenen Eichen, denen der Hauptort Ekenes seinen Namen verdeinkt. Geschichte Im Mittelalter weitete das Schwedische Reich seinen Einfluss in der Landschaft Osema an der Südküste des heutigen Finnlands aus. Im 13. Jahrhundert ließen sich ackerbautreibende schwedische Neusiedler in Osema nieder. Zuvor hatten die Einwohner im finnischen Binnenland gelegenen Landschaft Häme sowie die Esten von der gegenüberliegenden Seite des finnischen Meerbusens die Küstengegend als Jagd- und Fischgründe genutzt. Dauerhafte Besiedlung hatte kaum bestanden. Um 1374 wurde die Burg Raseborg erbaut. Zum Lehnsbezirk der Burg gehörte das gesamte westliche Osema. Im Gebiet der heutigen Stadt Raseborg entstanden im Mittelalter die sechs Kirchspiele Bromav, Ekenes, Kares, Pouja, Sneppertuna und Tenala. 1546 erteilte König Gustav I. Wasa Ekenes das Stadtrecht. Im 20. Jahrhundert kam es zu mehreren Gemeindefusionen. Das Kirchdorf von Kares wurde 1930 als eigenständiger Marktflecken aus der umliegenden Landgemeinde Kares gelöst. 1969 wurde die Landgemeinde wiederum in den Marktflecken eingemeindet. 1977 erhielt Kares das Stadtrecht. 1977 wurde die Gemeinde Bromav aufgelöst und zum größten Teil der Gemeinde Tenala zu einem kleineren Teil der Stadt Hanko zugeschlagen. Im selben Jahr wurden die Gemeinde Sneppertuna und die Landgemeinde Ekenes in die Stadt Ekenes eingemeindet. 1993 folgte die Eingemeindung von Tenala in Ekenes. Im Jahr 2007 beschlossen die Städte Ekenes und Kares sowie die Gemeinde Pouja, sich zur neuen Stadt Raseborg zusammenzuschließen. Bevölkerung Zum Jahresbeginn 2009 hatte Raseborg 28.834 Einwohner. Das Küstengebiet von Ussima gehört traditionell zum Siedlungsgebiet der Finnland-Schweden. Heute sprechen von den Einwohnern der Stadt 66,2% Schwedisch und 31,0% Finnisch als Muttersprache. Offiziell ist die Stadt zweisprachig mit Schwedisch als Mehrheits- und Finnisch als Minderheitssprache. Von den ehemaligen Gemeinden, die sich zur Stadt Raseborg zusammenschlossen, waren Ekenes und Kares mehrheitlich schwedisch und Pouja mehrheitlich finnischsprachig. Politik Verwaltung Die stärkste politische Kraft in Raseborg ist die schwedische Volkspartei, die traditionelle Interessenvertretung der Finnland-Schweden. Bei der Kommunalwahl 2012 erhielt sie 45,4% der Stimmen. Im Stadtrat, der höchsten Entscheidungsinstanz in lokalen Angelegenheiten, stellt sie 21 von 43 Abgeordneten. Dahinter folgen die Sozialdemokraten mit 26,9% und 12 Sitzen im Stadtrat. Die beiden anderen großen Parteien Finnlands spielen in Raseborg hingegen keine nennenswerte Rolle. Die konservative Sammlungspartei kam nur auf 6,4% der Stimmen und zwei Abgeordnete, die Zentrumspartei verfehlte bei 1. 4% gar den Einzug in den Stadtrat. Der Grüne Bund stellt mit vier Abgeordneten die drittgrößte Fraktion in Raseborg. Jeweils ein Mandat halten die Kommunistische Partei, das Linksbündnis, die Waren, Finnen und die Christdemokraten. Das Wappen von Raseborg wurde 2008 von Henrik Strömberg für die neu gegründete Stadt entworfen. Es zeigt im grünen Schild acht kreisförmig angeordnete Buschwindtröschen. Auf dem Schild ruht eine goldene Mauerkrone. Die acht Blumen stehen für die acht ehemaligen Gemeinden, die ursprünglich im Gebiet der heutigen Stadt bestanden. Bromav, Stadt und Landgemeinde, Ignes, Stadt und Landgemeinde, Karispuja, Sneppertuna und Tenala. Die Mauerkrone symbolisiert die Geschichte der Stadt und die Burg Raseborg. Wirtschaft und Infrastruktur. Wirtschaft, die Gegend von Raseborg ist die Wiege der finnischen Metallindustrie. In der ehemaligen Gemeinde Pouja entstanden schon im 17. Jahrhundert die Eisenhütten an Skog, Bilne und Fiskas. Das Unternehmen Fiskas besteht bis heute und produziert mittlerweile handwerkliche Geräte wie Messer, Äxte und Scheren. Der Unternehmenssitz befindet sich mittlerweile in Helsinki. Mit 450 Beschäftigten ist Fiskas aber nach wie vor der größte private Arbeitgeber in Raseborg. Weitere wichtige Arbeitgeber in Raseborg sind der Lkw-Hersteller SISU Auto sowie der Schiffbauzulieferer SBA Interia, die beide in Kares produzieren. Im öffentlichen Sektor beschäftigen die Stadt Raseborg 1700, der Krankenpflegebezirk Westusima 550 und eine Garnison der finnischen Streitkräfte im Ort Drexwick 250 Menschen. Verkehr durch Raseborg führt die Staatsstraße 25 von Haiwinke nach Hanko. Sie quert dabei die Orte Kares und Raseborg. Kurz vor Kares zweigt von der Staatsstraße 25 die Hauptstraße 51 ab, die parallel zur Küste über Inga und Kirkonomi nach Helsinki führt. In Raseborg beginnt die Hauptstraße 52 nach Salo. Am Bahnhof Kares kreuzen sich zwei Bahnstrecken. Die Küstenbahn von Helsinki nach Tocco und die Bahnstrecke Haiwinke-Hanko. Kares ist die enthalte Stelle einer Linie der S-Bahn Helsinki und wird ferner von allen Fernzügen, die zwischen Helsinki und Turku verkehren, bedient. Dadurch ist Raseborg gut an die Hauptstadtregion angebunden. Die Fahrzeit nach Helsinki beträgt etwas über eine Stunde. Auf der Strecke Kares-Hanko halten die Züge auch am Bahnhof Ekenes. Zwischen Kares und Haiwinke besteht nur Güterverkehr. Sehenswürdigkeiten Wahrzeichen und bekannteste Sehenswürdigkeit von Raseborg ist die Ruine der namensgebenden Burg Raseborg nahe der Ortschaft Snepper-Tunar. Im Sommer finden in der Burg zahlreiche Veranstaltungen wie ein Mittsommerfest, Mittelalter-Festivals, Konzerte und Theateraufführungen statt. Die Burg gehört zu den besterhaltenen mittelalterlichen Burgen Finnlands. Von der ebenfalls mittelalterlichen Burg Rappaka sind hingegen nur wenige Ruinen übrig. Die Kulturlandschaft zwischen Snepper-Tunar und dem zur Nachbargemeinde in gar gehörigen Fajavik samt den Burgen Raseborg und Grappaka und der Eisenhütte von Fajavik wird zu den Nationallandschaften Finnlands gezählt. Ebenfalls zu den finnischen Nationallandschaften zählen die historischen Eisenhütten an Skog, Beene und Fiskas, die allesamt auf das 17. Jahrhundert zurückgehen, sowie die aus dem 19. Jahrhundert stammende Eisenhütte Aminefors. In allen vier Eisenhütten sind historische Industriebauten, Arbeiter-Siedlungen und Gutshäuser aus der Zeit zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert erhalten. Eine weitere Eisenhütte befindet sich in Swarta bei Caris. Sie ist vor allem wegen des 1783 bis 92 erbauten Herrenhauses des Gutsbesitzers von Bedeutung. Ekenes besitzt eine gut erhaltene Altstadt mit Holzhäusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Im Zentrum der Altstadt befindet sich die im 17. Jahrhundert erbaute Kirche von Ekenes. Weitere bedeutende Kirchenbauten in Raseborg sind die mittelalterlichen Feldsteinkirchen von Caris, Puer und Tenala. Den Bautyp der hölzernen Kreuzkirche vertreten die Kirche von Snepper-Tunar und die Kirche von Muszio aus dem 17. bzw. 18. Jahrhundert. Die jüngste der Kirchenbauten in Raseborg ist die Kirche von Bromav, die 1980 bis 81 anstelle eines abgebrannten Vorgängerbaus errichtet wurde.